Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Die Dallas Mavericks befinden sich aktuell in einer Formkrise. Urheberrecht Getty Images 4. März 2019, 16 Uhr 1 in Woche 21. Der NBA ist Spannung garantiert. Sport 1 zeigt ausgewählte Top-Spiele und Duelle mit deutscher Beteiligung live auf Sport 1 und im Stream. Die NBA geht in die 21. Woche und hält wieder einige Leckerbissen parat. Der Kampf um die Playoffs wird immer spannender und Sport 1 ist hautnah dabei. Die NBA live im TV auf Sport 1 und im Livestream zum Start in die neue Spielwoche sind Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks zu Gast bei den Brooklyn Nets. Nach sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen haben die Mavs mit lediglich 27 Siegen im Kampf um die Playoffs kaum noch eine Chance. Zuletzt setzte es beim 81 zu 111 gegen die Memphis Grizzlies die höchste Niederlage der Saison. Wir haben einen Tritt in den Hintern bekommen, ganz einfach zog forward Tim Hardaway Jr., ein ernüchterndes Fazit. Da sich die Nets ihrerseits noch mitten im Kampf um die Playoffs befinden, wird sich das Team von Head Coach Rick Carlyle im Barclays Center deutlich steigern müssen, um nicht erneut als Verlierer vom Feld zu gehen. DAZN gratis testen und die NBA live. Während sich Letztere auf dem besten Wege in Richtung Playoffs befinden, drohen die Lakers diese zu verpassen. Bereits fünf Siege beträgt der Rückstand auf die San Antonio Spurs, die derzeit auf dem achten Platz in der Western Conference liegen. Sport1 und DAZN übertragen regelmäßig Topspiele und Partien mit Beteiligung deutscher Spieler live. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden. Zuletzt hatten die Lakers eine peinliche Pleite gegen Schlusslicht Phoenix Suns hinnehmen müssen. Nie zuvor in seiner NBA-Karriere hatte James gegen ein Team mit einer schlechteren Bilanz verloren. Wir hätten dieses Spiel natürlich gebraucht, bemängelte er daher mit Hinblick auf die Playoffs. Nuggets zu Gast in San Antonio im Fight um Platz 1 im Westen sind die Denver-Nuggets derweil bei den San Antonio Spurs gefordert, jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen. Hier geht es zum Shop, Anzeige die Top-Spiele und Partien der Deutschen, der 21. Woche in der NBA-Dienstag 5 März Brooklyn Nets Dallas Mavericks 1.30 Uhr San Antonio Spurs Denver Nuggets 2.30 Uhr Life of Sport 1 Phoenix Suns Milwaukee Bucks 3 Uhr Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers 4.30 Uhr Mittwoch 6 März Philadelphia 76 Orlando Magic 1 Uhr Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder 2 Uhr Toronto Raptors Houston Rockets 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 4.30 Uhr Live of Dessen Donnerstag 7 März Washington Wizards Dallas Mavericks 1 Uhr Chicago Bulls Philadelphia 76 erst 2 Uhr Sacramento Kings Boston Celtics 4 Uhr Los Angeles Lakers Denver Nuggets 4.30 Uhr Live of Dessen Freitag 8 März Milwaukee Bucks Indiana Pacers 2 Uhr Live of Dessen Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder 4.30 Uhr Samstag 9. März Orlando Magic Dallas Mavericks 1 Uhr New Orleans Pelicans Toronto Raptors 2 Uhr Houston Rockets Philadelphia 76 erst 2 Uhr Live of Sport 1 Dessen Los Angeles Clippers Oklahoma City Thunder 4.30 Uhr Golden State Warriors Denver Nuggets 4.30 Uhr Sonntag 10 März Los Angeles Lakers Boston Celtics 2.30 Uhr Live of Dessen Milwaukee Bucks Charlotte Hornets 3 Uhr Detroit Pistons Chicago Bulls 17 Uhr Live of Dessen Philadelphia 76 S Indiana Pacers 20.30 Uhr Live of Dessen Miami Heat Toronto Raptors 20.30 Uhr Montag 11 März Dallas Mavericks Houston Rockets 0 Uhr San Antonio Spurs Milwaukee Bucks 1 Uhr Golden State Warriors Phoenix Suns 1.30 Uhr Live of Dessen Milwaukee Bucks 2.30 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 Uhr